hallo meine lieben drehtuchfreunde jetzt habt ihr mal das ergebnis mit retract und setup so wie seht die aus bei dieser temperatur da unten kein guter klebekontakt der nächsten schicht die brücken ja 225 grad würde ich jetzt mal sagen zu 40 oder 230 225 da irgendwo dazwischen haben wir entsprechend schön drücken und das ergebnis sieht auch vergleich mit dem unrecht und gleich das sieht das hier aus das wird eine herausforderung den cap boy helm ohne struktur zu schaffen naja wenn wir schon ein bisschen sauber machen müssen weil stringing mit dem filament lässt sich wohl nicht vermeiden okay dann war ich mich als nächstes an den und den helm an dem cap boy helm bis zum nächsten mal